ARD Text im Auftrag von Funk 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 auch mit rosa streifen auf jeden Fall da musst du nur ein Schwein finden weil pink gerosa streift ist ne Schere könnte ich vielleicht schon mal machen ja dann könnte ich schon mal auf Schafe ne Schere hab ich aber auch noch nicht dran gedacht und auch nicht gemacht ich weil ich auch ich weiß was ich mit dem Eisen anfangen soll ich denke mal davon werde ich mir ne Spitzacke machen wenn ich irgendwann mal Diamanten ah weh da ging es runter das ist immer gut mein Gott was ist hier los so jetzt hab ich kurz auf mein Handy geguckt und mir nirgends irgendwo in so'n Loch mir sucht ein Haus meins ist dort da oder nicht so ist jetzt mein Haus so da da hat er nicht das stimmt ja als es war ein Nürstern oder so kommen müssen wird er zu bekommen da in der Stunde ja ja warum lädt sie hier nicht du sollst legen sollst du laden danke für den Dreck falls du aber warst der Dreck haben wir ausgemacht wenn du da hochkramst so, na gut, da brauch ich eben nicht danke auch wenn er vielleicht ich glaub ich dich war doch, komm ich weiß, wie die ganzen Mops sind wie, komm mal zu ich hör die ganze Zeit bei mir irgendwelche Viecher oder was unter dir ist ne Hülle ich hab auch keine Waffe mehr das ist doch gut so viel Schnee wollte ich gar nicht wegmachen super jetzt hab ich keine Axten oder? ne scheiße, fuck ah, weißt du, siehst du, da mach ich mal mal ne Eisenachse, ne ganz sicher sonst nix mal länger hinbleiben mal länger hinbleiben schnell dann gucken wir mal, wie heute mein Eisen ist so, fünf graue Wolle alles färben, weißbar, rot hier kann man nicht, konnte man nicht mal so färben, irgendwie hatte ich das in Erinnerung der Wolle der Wolle färben, ja, das weiß ich auch nicht einfach so drüber oder so ach, man braucht weiße Wolle ich hab doch, man kann auch graue Wolle oder so färben ne, man kann nur Schafe färben das ist natürlich es wird ja echt dunkel egal, ich hab schon mal drei Wolle, das ist ja dann schon mal okay die ich hab mal direkt schlafen ne warum keine Lust dazu bin noch nicht müde St Ernst 1 die zu Hause ich hab kein Schuss bleibt auch so Dunkelheit nervt los geht da muss ich nachkommen ganz viel heißen so ganz ob ich um muss ich jetzt jetzt wo es dann auf Schaub ich habe ja da reisen Prozent das ist ein Kalbierer oder Heizung ich habe Heizungen Also ein Ofen wäre aber nicht schlecht. So bauen. Oh, jetzt kommt die Milch nicht drüber her. Mach mal raus, mal ein. So, mach ich mir jetzt nochmal zwei Schwerter. 1, 2, 3, 4. Zack, gib mal er die Pille. Watt habe ich jetzt gemacht? Uups. So. So. Oh, rasch auf. So, er da rein. Ich hab zwei, sechs Eisen. Wie viel? Zwei Stacks? Puch. Junge, Junge. Ja, hab voll gut was gefunden. Ja? Ja. So, dann machen wir uns jetzt mal auf Reise nach Schaufsuche. Wie kommt mich denn? Ich hab das für niemals reich. Ja, morgen. Ey, ohne Scheiß, ich bin fast tot. Du brauchst was zu essen oder was? Nee, das macht, äh, von Fertenschaden. Und mit zwei Schüssen bis auch schon mal stutt. Geil! Ich bin mal den Pfeil, der da an den Fuß steckt. Ja, hier war's. Hey, wie? Geh, nicht! Kannste Witze? Aua! Das ist auch noch eine Schulter. Sieht schnuckelig hier aus. Ich glaub, ich bleib jetzt erstmal ne Runde hier und penne hier so wie so'n Penner. Ist auch ganz kalt, so mit Dach. Das Dach ist voll schön. Ja, offenes Fenster. Ist auch noch schön hier. Nur ein bisschen kalt. In der Schneewelt. Aber stell dir mal vor. Jetzt mal so, echt so, ne? Jo. Warte. Ist natürlich jetzt doof. Hier kommt so'n Skelett. Ja? Jo. Ne? Ja, geht jetzt nicht. Ja, ich muss. Was? Warte. Versuch mal. Ja, warte. Bis jetzt schon wieder hin. Ach, scheiße, ne? Ja. Was? Ich find dich. Ja, ich hab Dings gedrückt, dann ist ja dein Arme weg. Ne! Doch! Ich lass den nur hier. Boah, man wächst nicht auch Holz, ey. Junge. Na, sag da toll was, was ich brauch dann ja. Ganz so gut. Na, hab ich noch was wollte sogar. Ja, bitte. Äh, was soll ich jetzt können? Ja, das ist ja gewachsen. Wollte ich jetzt eigentlich machen? Höher aber, genau. Zack, schweintelten. Ja, gehen wir jetzt mal Schafe suchen. Ja, gehen wir jetzt mal Schafe suchen. Da sind ja so viele Viecher hin. Ja, da sind ja so viele Viecher hin. Schafe, wo seid ihr Schafe? Mein Gott. Ja, wenn du so singst, kommen die bestimmt. Schafe. Ja, ich kann gut mit Schafen. Gehirn. Thee, das ist ja, ich brauche deinen Hauen. Alles'n Drama. An meinem Haus oder in meinem Haus? Fast drinne! Also er steht vor deiner Tür. Da sind Schafe! Jajajajaj. Jajaja. Sooo. Rücken das ist ein Angebot es könnte ich natürlich er kamen er war ein Dach ganz gut ich verscheuert auch nicht oder wer schon optimal Döden und Döden und Mieter ich mag die unsichtbaren Viecher nicht weil die unsichtbaren Viecher ist ein Creeper das ist von dem Creeper keine Ahnung gibt es unsere unsichtbare wenn er wenn ich den Creeper nicht angreif kann der nicht explodieren also ich meine auch wenn der aber ich bin ja eh nicht so nah bei der also der explodiert ja eh nicht dann hab ich ja dann hab ich ja auch noch doch der explodiert auch so wenn der nahe kommt ja aber so ist er auch nicht der mich interessiert genau aber wo ist denn sind auch so gut zu deinem Haus okay doch nicht Zwei Enderman. Das ist gar nicht schön. Die gucken mich an ey, ganz schräg gucken die mich sogar an. Mit einem könnte ich dann aufnehmen, aber nicht mit zwei. Man guckt mich nicht so an ey. Hast du Rüstung? Ja, komplette Eisener Rüstung. Ja, dann schaffst du ja locker einen. Ja komm her! Hast du was Wichtiges dabei? Ja, nur meine Eisensachen aber. Hast du Schiss oder was? Jetzt will sich noch eine Spinne hier mit mir anlegen. Komm doch! Oh ne Enderperle wär hammerbar. Naja, der nicht, dann mach ich den anderen jetzt auch noch kurz platt. Nein. Scheiße. Ich verbau mich so oft gerade im Moment so ne. Das ist echt nicht. Da ist eine Enderperle, sogar zwei. Der Einer hat eine gedruckt, habe ich nicht gesehen. Manners. Du brauchst nur noch sieben. Was kann man denn machen? An der Ender-Truhe. Ja. Na klar. Ach, ist es nicht. Ja doch. Vor gut, kannst du ja einfach eine Höhle so mal aufbauen, finde ich voll. Das ist eine Spinne. Da ist die Kripper. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wieso kommt die Spinne denn hoch? Wieso kommt die Spinne denn hoch? Wieso kommt die Spinne denn hoch? Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Hoffentlich ist in deinem Haus alles sicher. Da ist alles sicher. Da ist alles sicher. Da ist ein Creeper. Jetzt gehe ich nicht auf, sonst explodiert der. Da sind Zombie. Oh ich glaube ich habe eine schicke Höhle gefunden. Und... Ich gehe jetzt einfach auf sein Dach. Hier kann man ja eigentlich keiner was. Oh mein Gott gehe ich halt nochmal eine Höhle rein. Warum steht der Creeper nicht? Hallo Sonne! Creeper sterben! Na ja, hier oben passiert mir ja eh nix. Könnte ich mal wieder so ein paar unnütze Fucken vorlesen. Oh, das könntest du tun. Ja. Ich wüsste wo ich h-kam, Kollege. Äh... Oh dang. Verbot er. Nee, Хот mich, ne, ich mö' ich die Karke. So. Äh... Gesetze. Kann eiowner,aui, schrei um die precisiativen. Ja exactement. In England wurde bis in die 50er Jahre versucht, das Selbstmord mit Todesstrafe bestraft. Okay. Wenn sie zu doof haben, sich selbst umzubringen. Im US-Stadt Nevada, im Bundesstaat natürlich.